Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Minekraft Mario Party mit Palette, Manual und einer 2. Was hast du denn? Hi! Hast du mich gesehen? Ja, hallo, kannst du die Leute bitte aufklären? Ich hab doch hi gesagt. Nein, was du gewürfelt hast. Und wenn die Leute kloppt sind, dann wissen sie doch, wenn ich ein Feld hinter dir bin. Was hab ich dann wohl gewürfelt? Ne 6? Ja, genau richtig. Ich hab ne 6 gewürfelt, aber dann bin ich auf dem Bowserfeld mit minus 5 gekommen und dann hab ich kurzzeitig geweint. Echt? Ja. Nein! Oh Gott, ey! Was ist los? Warum gibt's denn hier so ein Item mit nem scheiß Bogen? Oh, einer ist unten. Okay. Oh, oh. Ja, toll. Und wieder am Bogen, alles klar. Ich hab den Bogen und bin erst... Wow! Ich hab dich getroffen, es ist aber nichts passiert. Nee, 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 nee. Du hast mich nicht getroffen. Bei mir ist der locker easy dran vorbeigekommen. Bei mir schon. Also, sorry. Ich werd mich gleich einfach umdrehen, nur um dich abzuschießen. Nein, tu es nicht. Bitte. Doch, das mach ich. Toll, danke für noch nen Bogen. Ja, tschüss. Nein! Oh, jetzt fall doch runter! Nein! Molo Kmen, Juli ist vorne! Er sagt mir diese keine Chance. Was sollte das denn? Mann, mein Unsichtbarkeits-Hack geht immer wieder an. Oh Gott, ich hab... Nein. Komm, 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 komm! Nein, ist nur ne Banane! Nein, 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 oh Gott. Ich baller dich ab! Verdammt! Der Pfeil ist in die Wolken gegangen. Ich hab da hinten einfach noch für ihn angeballert. Mann! Ach, geil. Hast du jetzt, äh, weißt du, guck mal, hattest du ne Eins oder ne Drei? Lieber Manuel, du hattest eine Zwei. Ich war ein Feld hinter dir. Ja? Und? Was ich sogar erwähnt habe. Ja, was hatte ich da so? Ja, das hab ich ja vergessen. Oh, ne Sechs und ne Fünf nur. Schade. Puh, ich auch. Ernsthaft? Ja. Ja, nice. Wofür werd ich Erster? Und? Zweifel, der nach vorne. Hahaha. Weißt du, wird patzig und wird dann so belohnt. Was ist das denn? Wieso? Ich war doch nicht patzig. Ich hab... Ich hab... Wirst du mich eigentlich ver... Ich hab einfach nur darüber geredet. ...genau mitbekommen, dass du ein richtiger Arsch bist. Junge. Wird dich umbringen. Schon wieder? Ja. Äh... Oh Gott. Oh Gott, war ich... Ich war so larn. Ich hab einfach nicht verstanden, was du ne... Ich bin gerade farbenbehindert. Also... Okay. Das heißt, Farben blinkt. Nee, nee. Ich bin ja nicht farben. Alter. Ich bin grad nur nicht fähig, äh... Eine Farbe der anderen Farbe zuzuordnen. Okay. Dafür bin ich zu dull. Zu dull oder zu dumm? Dull. Das ist Schwarz. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich hab Schutz. Nein. Schwarz. Geil. Aktivier dich. Wir können uns doch gegenseitig retten. Das wär mal Premium. Das wär krass. Ich bin tot. Oh, 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 oh. Wieso hast du mich nicht gerettet? Was? Ich hab... Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ja, ich bin Zweiter. Ja. Kannst du ja wieder besser würfeln. Hallo, Menje. Hallo. Hallo. Hallo, na? Na? Du bist extrem hässlich. Mieses. Was ist denn das? Ich hab doppelt so viele Punkte. Und er ist nicht in... Und er ist nicht in... Was? Wo warst du denn? Was? Du bist auf K? This girl is on fire. Schau mal schon. Ne, ich nehm grad meine neue Single auf. This girl is on fire. Kannst du aufhören, das aufzunehmen, während ich hier abfilme? Was hast du gewürfelt? Äh, dry. Oh. Guck mal, wo ich bin. Schau mal. Hallo? Schau mal. Schau mal. Ne 6 und ne 6. Hallo. Hallo, geil. Hallo, geil. What in the chamber? So, seid ihr bereit? Feuerschweine! Hab ich schon davon erzählt, wie meine Kollegen und ich, wenn einer gesagt hat Feuerschweine, dann haben wir immer an Karneval, also am 11.11. haben wir dann immer rumgehasselt. Haben wir dann immer so die Säge gemacht. Das war nice. Du bist tot. Sag mal, hast du mich... Ich hab dich gerade abgeschossen. Ja, geil, Alter. Oh man, jetzt kriegt einer mich. Scheiße. Nein, ey, das ist doch ein... eine Verarsche. Genau, wie ich doch keinen treff. Ja, genau, Alter. Ich bin bereit, du Feuerschweine, Alter. Ich bin bereit, du Feuerschweine, ne? Ich hab ihn nicht. Ich bin doch so ein Arschkopf. Lass ihn nicht mehr bewegt. Arschkopfmenion. Arschkopfmenion. Oh, Alter. Ey. Das war unfair. Alter von der... Ja, wurde ich gerade weggetötet. Ja, genau. Du mieser Harald. Aber ich bin gerade... Scheiße. Ey, könnte der eine der... Komm, 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 dich baller nicht weg. Ja. Hallo, Gegners? Ja. Nein, er ist geflohen. Ey, scheiße. Oh, geil. Ist er aus Azkaban geflogen? Ja. Ich dachte eigentlich, das geht gar nicht. Oh, ich bin tot. Ich bin einfach... geschlagen. Nein. Alter. Scheiße, scheiße. Hör doch auf. Geh doch. Wie lange er wartet... Und er schafft's dann nicht mal. Fast ein Moloch. Schade. Da war ich ein bisschen sehr optimistisch. Und wieder zwei Kills. On fire. Du bist eine wahre Tötungsmaschine. Und du bist wieder tot. Ey, sag mal. Kannst du mal... Oh. Kannst du mal bitte aufhören? 18 Kills. 60. Alle geil. Alle geil. Ja geil, geil, geil. This girl is on fire. Hör doch mal auf zu singen. Wer war das? Meine Mutter. Eine 3. Ach. Und eine 4. Und eine 3. Wie kann man denn so reinscheißen wieder in mein Haus? Achso. Warst du heute schon auf Toilette? Nee, ich hab mich wirklich eingeschissen. Ich war heute schon dreimal auf Toilette. Ist aber schon hart. Hahaha. Ja, der Kott. Ah, ist der klumpig? Ja, klumpig, Alter. Hier ein Bild. Cool. Geil. Heute... Irgendwas war mit Klumpi heute. Stimmt. Da war irgendjemand, der mich auf Twitter beleidigt hatte. Und der hieß irgendwas mit Klumpi. Oder war das in den Kommentaren? Ja, verdient. Gut gemacht. Nee, da war... Irgendwas war da los mit dem. Ja, der hat aber... Der hatte ein Rad ab oder so. Ja? Der war ein bisschen... Oh, Jogo. Geil. Ich hatte auch ein Rad ab. Ich bin gerade runtergefallen. Also wenn du vor mir bist, ne? Dann... Hey, wie soll das denn funktionieren? Ich bin gerade runtergefallen. Nein, nein. Ich meine gleich bei dem Feld. Verstehste? Du bist sieben Felder vor mir. Ja, egal. Wie soll das funktionieren? Ich habe ein Würfel. Ja, eins und nur eine sechs und eine sechs und eine sechs und... Bonusfeld. Und GG. Warte, ich mache Slash Palutin gewinnt. Oh, jetzt habe ich einfach... Oh, Alter. Ich bin Macho Buffalo. Alter, ist der jetzt gerade unsichtbar? Nee, oder? Macho, Macho Man. Ich bin tot. Nee, bin ich nicht. Geil Party. Macho Man. Ja, geil, Alter. Wieso sing ich heute? Ich bin heute so ein bisschen in der Feierlaune, Alter. Ja, echt krass. Halt doch mal deinen Müll. Macho, Macho Man. Ey, kann das mal bitte vor... Was ist denn da los da hinten? Ich sitze hier schon seit Stunden. Ja, geht doch. Ich dringe meine Runden. Ich finde keinen Marktplatz. Ich finde keinen Marktplatz. Deshalb mag nichts. Gehe ich zum Marktplatz. Ja, geil, eine Eins. Das ist nicht klasse. Na, drei, eine Sechs. Geil, Alter. Oh, Bowser fällt. Vier zurück bestimmt. Ne, drei Fälle. Ein fällt vom Ziel. Das ist nicht wahr. Ich brauche noch 13 Felder. Ach, Alter. Oh, da ist ein Klon bei dir. Wie ich echt 12 Felder und Elytra rennen? Du hast so verloren. Hey, warte mal. Wenn du 13 Felder hinter mir bist, dann kannst du so oder so nicht mehr gewinnen. Cacalé. Egal, was ich mir für... Ey, das war schon ... war schon eben gerade klar, als ich direkt rausgeflogen bin. Ne, ne. Also für mich nicht. Ich bin aber ein Mathe-Genie. Das stimmt. Findest du? Aber zu mir hast du mal gesagt, dass du Mathe studiert hättest Ja, hab ich ja Kollege hat mal Wirtschaftsmathematik studiert, alter Schwede Also Mathe zu studieren Die Leute haben es auf jeden Fall drauf Er hat das Studium Übrigens, surprise, surprise, nicht abgeschlossen Oh Nein Nein, genau in die Lücke Du Sohn einer Oh Gott Ich bin hinter dir, hallo Menje Oh Gott, oh Gott Oh, ich hab fast einen Unfall gebaut Das ist traurig Oh nein, meiner verhundert Oh Gott, ich hab's Geht's dir gut? Bist du noch einer? Oh, ich bin gegen eine Wand gefahren Alles okay, wo bist du? Bist du das da? Nee, ne? Nee, und er ist da Okay, du bist auf jeden Fall schon mal später Und er fliegt weiter, er fliegt weiter Wird er es schaffen Wird er es schaffen Wie ein Ja, das ist er gar nicht Oh Bist du irgendwie auf K gegangen? Oder Was? Es ist schon links Spielst du ein anderes Spiel? Ich war kurz auf Twitter Nein Er spielt das Singstar mittendrin Nein, ich war nicht auf Twitter Nee, nee, du doch nicht Ey, wann hab ich das letzte Mal so easy gewonnen? Ich bin neun Felder über dem Ziel Alter Alter Bestimmt, weil ich den Shy Guy gespielt hab Und du bist trotzdem Zweiter Wie krass war ich? Ja, geil Ja, geil Geil, geil, geil Gut Dann Bewerte den Part Und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal bei der Palette wieder Schaut in die Beschreibung, da ist er Tschüss Tschüss Musik 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 Musik